Ich bin mir sicher, dass Uli Hoeneß trotz seiner Verhaftung die Piratenpartei aus der Bedeutungslosigkeit wieder herausholen wird. Wenn nicht bei dieser Europawahl, dann bei der nächsten. Tausende Seminararbeiten und Kunstwerke zum Thema Heimat, Entfremdung und schlechter Laune werden ungestaltet werden müssen. Deutlich mehr Fußnoten und weniger Sättigung. Das konsequente Ablehnen von Zeilenabstand und Ölfarbe. Und außerdem größere Schrift und gröbere Pinsel. Er war ein Zocker. Es gab den Kick, das pure Adrenalin. Er ist Tag und Nacht geflogen. Erst 3 Millionen Kilometer, dann 30 Millionen Kilometer. In Briefmarken, Pommes und Hoffnung. Den WC-Sitz Subway 2.0 von Willer & Boch mit Quick Release und Soft Close Funktion in der Farbe Weiß Alpin. von Willer & Boch mit High